Die Hochschulen, die bilden ja junge Menschen aus und sie tun das natürlich letztlich auch für die Gesellschaft. Und damit ist die Wirtschaft automatisch angesprochen. Und ich denke, eine Aufgabe der Universitäten, der Hochschulen ganz generell, die wir vielleicht noch sehr viel besser machen können und auch machen sollten, ist, diese Ausbildung auch sehr viel stärker im Verbund mit den Unternehmen zu betreiben und an ganz konkreten Fragestellungen zum Beispiel zu arbeiten und dann auch dafür zu sorgen, dass der Wissenstransfer, den die Universitäten betreiben, aber vielleicht auch nicht unbedingt in dem Maße, in dem man das tun sollte, dass der sehr stark intensiviert wird. Und dabei fällt mir immer sofort ein, dass das keine Einbahnstraße ist. Wir können auch von Unternehmen sehr viel lernen. Und auch dieses Denken muss in den Hochschulen um sich greifen.